Hallo liebe Mädchen. Heute möchte ich euch einen Einblick in mein Leben als kleine Elfe gewähren. Das ist so aufregend, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ach ja, und die Sonne scheint natürlich auch immer. Sogar wenn es regnet. Hallo Blümchen, hallo Bäumchen, wie geht es euch? Habt ihr gut geschlafen? Hat der Morgentau euch schön erfrischt? Wie hat euch mein Lied gefallen? Hab ich euch schon gesagt, dass ich euch ganz, ganz, arg, lieb habe? Hallo kleine Biene, ich freue mich ganz toll dich zu sehen. Du schnurst immer so schön. Schnurrst du mir etwa ein Lied? Ach, das ist aber sehr, sehr nett von dir. Und jetzt möchtest du, dass ich mit dir ein Lied singe. Oh, was für eine wundervolle Idee. Du weißt doch, wie gerne ich singe. Besonders mit dir, meine liebe süße kleine Schnurrbiene. Oh schau, jetzt sind die kleinen Bärchen auch noch gekommen und wollen mit uns singen. Ach ist das schön. Hallo Elfchen, hallo Bienchen, hallo Bärchen. Es ist so schön, euch beim Singen zuzuhören. Das macht mich immer ganz toll glücklich. Wollt ihr mit zu mir kommen? Ich habe ganz, ganz leckere Kekse gebacken und möchte sie mit euch teilen. Oh ja, lieber Onkel, das ist ja so nett von dir. Also jetzt mal ganz ehrlich. So viel heile Welt ertrag ich einfach nicht. Diese Mädchenfilme machen mich völlig fertig. Exakt. So ein Mist. Das ist so ein Kotzen. Ja, aber ich habe gehört, der Onkel ist gar nicht so nett. Der frisst kleine Bärchen und das Bienchen ist sein Komplize. Ganz schön raffiniert die beiden Schlitzohren. Na, dann bin ich ja beruhigt. Wenigstens ein gutes Ende. Der frisst kleine Bärchen und das Bärchen und das Bärchen und das Bärchen und das Bärchen.